Hier sind die giftigsten Tiere Deutschlands. Viele möchten wissen, welche die giftigsten Tiere in Deutschland sind und hier sind einige Antworten. Die gute Nachricht vorab, es ist sehr unwahrscheinlich, dass hiesige Arten beim Menschen großen Schaden anrichten, denn obwohl es sehr wohl in Deutschland einige giftige Tiere gibt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs oder Stiches sehr gering. Die meisten Tiere versuchen, sich durch Flucht zu schützen und nur in den seltensten Fällen wird ihr Gift eingesetzt. Es ist wichtig, giftigen Tiere zu respektieren und ihnen aus dem Weg zu gehen, da sie, obwohl sie meist nicht aggressiv sind, gefährliche Gifte verspritzen können. Giftiges Tier Nummer 1 – Der Ammendornfinger Der Ammendornfinger ist die giftigste Spinne in Deutschland. Er wird bis zu 1,5 cm groß und kann mit seinem Kiefer die menschliche Haut bei einem Biss durchdringen. Er verursacht Druckempfindlichkeit der Lymphknoten und ein leichtes Brennen der Haut. Giftiges Tier Nummer 2 – Die Kreuzotter Die Kreuzotter hat ein Toxin in ihren Giftsähnen, welches die Nerven angreifen und das Blut zersetzen kann. Sie ist sehr scheu und injiziert meist nur eine sehr geringe Menge an Gift. Giftiges Tier Nummer 3 – Die Gartenkreuzspinne Der Biss einer Gartenkreuzspinne kann Rötungen und Schwellungen verursachen, die aber nach kurzer Zeit wieder verschwinden sollten. Die Gartenkreuzspinne ist schnell an den vier länglichen und einem kleinen kreisförmigen hellen Flecken zu erkennen, die kreuzförmig auf der Oberseite ihres Hinterleibs angeordnet sind. Ihre Grundfarbe kann variieren und sie ist in der Lage, ihren Farbton je nach Umgebung zu verändern. Sie ist eine der größten einheimischen Spinnen, wobei die Weibchen eine Körperlänge von bis zu 18 mm und die Männchen etwa 10 mm erreichen. Die Art ist in ganz Mitteleuropa anzutreffen, insbesondere in Obstgärten, Kiefernwäldern, Hochmooren, Buchentannenwäldern, Waldrändern, Hecken, Wiesen, Feldern und Gärten. Am häufigsten ist sie in der Strauch- und Kronenschicht des Tieflandes anzutreffen, ihr Vorkommen nimmt jedoch mit zunehmender Höhe ab. Giftiges Tier Nummer 4 – Die Aspiswipa Die Aspiswipa ist eine vom Aussterben bedrohte Schlange, deren Symptome nach einem Bistim der Kreuzotter ähneln. Die Aspiswipa gehört zur Gattung Vipera und zur Familie der Vipernschlangen. Sie kann eine Länge von bis zu 90 cm erreichen und ist nach der Kreuzotter die zweite in Deutschland und der Schweiz entdeckte Giftschlangenart. In Deutschland ist sie jedoch nur im Südschwarzwald heimisch. Giftiges Tier Nummer 5 – Die Gelbautschanke Die Gelbautschanke hat ein leicht flüssiges Toxin auf ihrer Haut, welches zu Reizungen der Augen führen kann. Weitere giftige Tiere Das Petermännchen Das Petermännchen ist ein barschartiger Fisch, der beim Stich mit seinem Giftstachel ein Toxin aussondert, welches den Körperhistamin ausschütten lässt. Die Wasserspinne injiziert bei einem bis ein ähnliches Gift wie eine Wespe und verursacht Rötungen und Schwellungen. Der Feuersalamander Dieser Salamander ist eines der bekanntesten giftigen Tiere in Deutschland. Sein Hautsekret löst bei Erwachsenen nur ein unangenehmes Brennen der Haut aus. Die Gelbe Haarqualle Diese Qualle verursacht brennende Schmerzen und allergische Reaktionen bei Augenkontakt. Der Ölkäfer ist nur noch selten in Mitteleuropa anzutreffen ist, kann Haut- und Schleimhautreizen, Blasen, Entzündungen und Nierenschädigungen verursachen und bei Augenkontakt zu Schmerzen und Lichtempfindlichkeit führen. Für weitere Informationen besucht doch gerne maljavina.de Der Link steht unter dem Video.